Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem schwarzen Bildschirm. Ja, da sind wir wieder. So, zu Silent Hill 2 Remake. Der lange, lange, lange Stream ist jetzt, wenn ihr das hier seht, schon online hoffentlich. Sonst macht das keinen Sinn. Auch wenn der Upload dementsprechend sehr lang dauert, weil es war ein langes Video. Aber jetzt machen wir genau an der Stelle weiter, wo wir im Stream aufgehört haben als Let's Play Reihe. Ich möchte das Spiel relativ zügig durchspielen. Das heißt, dass jetzt in nächster Zeit sehr viele Folgen erscheinen werden, damit wir Silent Hill 2 Remake relativ zeitnah beenden können, weil ich hab Bock drauf. Und ich möchte mehr Content dazu machen. Ich mag Moneten. Das kommt alles zusammen, wisst ihr? Kablamm! Okay, falls ihr Silent Hill 2 Original nicht kennt, werde ich euch jetzt nicht spoilen. Aber ihr müsst jetzt sehr stark sein, okay? Wir müssen jetzt alle sehr stark sein. Ich finde, dafür, dass die verfolgt werden, haben die aber eine gemütliche Joggeschwindigkeit, oder? Hier könnte man vielleicht ein bisschen mehr in den Sprint übergehen. Na, aber vielleicht sind die Ausdauerläufer, weißt du? Die wollen sich nicht auspowern. Man weiß ja nicht, wie lange man das klauen muss. Komm schon, schnell! Wobei! Wer ist Hier? Ich bin hier, der ist hier. Oh mein Gott! Ich bin hier! Ich bin hier! Oh mein Gott! Hier! Ein Papa! Tja, mit flachen Schuhen wäre das wahrscheinlich nicht passiert und deswegen hasse ich Ada Wongs Outfit in Resident Evil 4 so sehr, weil es so dumm ist. Hey, aber ich bin dem Gameplayer die ganze Zeit hinter Mariah gelaufen, wie ist denn die Bitte an mir vorbeigekommen eigentlich? Warum waren die plötzlich hinter mir? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber das ist irgendwie weird, oder? Da stimmt doch was nicht. Okay, hier brauchen wir scheinbar einen Schlüssel. Haben wir eine Karte von dem Bereich? Ach, wir sind noch im Krankenhaus. Wir sind im Eingangsbereich des Krankenhauses. Ich habe es gar nicht wiedererkannt, jetzt checke ich es. Ist hier in der Anderswelt auch ein Safe-Punkt? Ja. Speichern wir mal. Speichern. Lesen wir das mal. Das Potenzial für dieses Krankenhaus ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen. Genauso wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Ich wollte Beziehung sagen. Ich habe es gerade noch gerettet, aber es war weird. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem Hier und dem Dort. Sie existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir die Frage stellen. Es stimmt. Für uns sind eine Fantasie nichts als Einbildungen. Aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Das ist, finde ich, ein interessanter, ein sehr interessanter Aspekt. Denn... Also in der Regel macht man das auch nicht. Es gibt viele Menschen, die per Definition psychisch krank sind oder sowas. Die aber nicht behandelt werden, weil für sie selbst oder für ihre Mitmenschen kein Leidensdruck besteht. Und dann behandelt man auch nicht, weil warum sollte man denn? Ist ja alles cool. Also es gibt Menschen mit Schizophrenie zum Beispiel oder ähnliches, die können... Ich meine, in der Regel sind die vielleicht auch medikamentös eingestellt oder öfter zumindest. Aber die halt einfach ein normales und glückliches Leben führen und fertig. Und dann ist das auch überhaupt nichts Problematisches eigentlich. Aber gleichzeitig, was der Brief anspricht, ist halt, finde ich, auch so ein interessanter, philosophischer Aspekt. So von wegen, was ist Realität eigentlich? Weil letztendlich ist Realität für uns alle das, was unser Gehirn interpretiert. Und was unser Gehirn quasi uns als Realität wahrnimmt. Für uns oder so. Wie man das auch immer sehen will. Und letztendlich sind hier sehr viele Monster und ich würde aber trotzdem gern looten. Aber auf offener Straße kämpfen war in Silent Hill noch nie eine gute Idee. Aber letztendlich ist quasi eine von unserer, von der allgemeinen Wahrnehmung der Realität abweichende Wahrnehmung, für die Person auch nicht weniger real, als unsere Realität. Und letztendlich, wenn ich sage unsere Realität, dann kann man auch die Frage stellen, was meine ich damit denn eigentlich? Weil letztendlich haben wir alle so ein bisschen zumindest eine andere Wahrnehmung von Realität. Sonst gäbe es keine unterschiedlichen politischen Einstellungen zum Beispiel. Offensichtlich muss die Realität hier teilweise sehr anders wahrgenommen werden. Was ist denn? Was trifft mich denn? Ach, das ist ein Käfer. Come on. Und zum Problem wird es eigentlich nur, wenn unter der eigenen Wahrnehmung der Realität oder durch, durch die Wahrnehmung besser gesagt, ein Leidensdruck entsteht. Für sich selbst oder für andere. Wenn jetzt zum Beispiel jemand radikale politische Ansichten hat, weil das in seinem, in seiner Wahrnehmung der Realität irgendwie notwendig oder wichtig erscheint, dann werden andere darunter leiden, sollte, sollten sich diese radikalen politischen Ansichten durchsetzen. Und dann wird es zum Problem. Oder wie in Silent Hill 2? Es ist für James ein ziemliches Problem, die Realität, die wir hier wahrnehmen. Bin ich im Kreis gelaufen? Bin ich im fucking Kreis gelaufen? Ich weiß halt leider nicht, wo ich hin muss. Das ist wirklich ein bisschen ungünstig. Aber ich bin im Kreis gelaufen, oder? Nein, stopp. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte das drücken. Dankeschön. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich lang soll. Kann ich irgendwie helfen? Okay, hier geht es nicht weiter. Aber ich habe gar nicht sehr viele Wege, ne? Irgendwie muss es in die Richtung weitergehen. Vielleicht durch ein Gebäude. Ist wieder irgendwo eine Kiste und drüber ein Fenster. Da war ich aber auch schon drin, oder? Hier habe ich jetzt auch keinen Weg gesehen, wie es weitergeht. Ah! Oh, könnt ihr euch an das Spiel, äh, Red Faction Guerilla erinnern? Das Spiel war insgesamt, würde ich sagen, eher so mittelmäßig, ne? Insgesamt. Aber, das Spiel hatte so eine geile Zerstörungsphysik. So eine geile Zerstörungsengine. Und da sind halt wirklich aus dem Gameplay raus so geile Action-Szenen, äh, entstanden. Es war halt wirklich so, dass du ganze Gebäude einreißen konntest. Wenn du irgendwelche wichtigen... ...Metallträger oder sowas mit deinem Supervorschlaghammer eingerissen hast. Das war schon sehr cool. Ne, der spielt auf der Mars-Oberfläche. Dementsprechend gab es jetzt nicht super viel Gebäude. Aber wie schön die Physik war. Wie schön man eben wirklich so ganze... Also, teilweise konntest du Quests erfüllen. Du solltest eigentlich irgendwelche Leute töten. Indem du einfach mit einem fetten Truck über eine kleine Schanze in das Gebäude gesprungen bist. Und dann hast du die wichtigen Trägerpfosten eingerissen. Das ganze Ding ist eingestürzt. Und hat den zu tötenden M.VC einfach mitgenommen. Es war so geil. Ich werde dich von den beiden verfolgt. Oh Gott, ich durfte schon. Ich muss schon sagen, die Gegner haben sie im Vergleich zum Original echt verbessert. Weil die wirklich jetzt ins Gameplay eingeflochten sind mehr. Weil die verschiedene Funktionen erfüllen. Weil es die Stalker-Gegner gibt und die krassen Nahkampf-Gegner und ne. Überall können sich die Beine verstecken. Ja, und I guess, es gibt auch die Käfer. Aber gut. Ich höre immer noch was rumkrunzen. Das könnte draußen sein. Ich ignoriere es, bis ich sterbe. Bis ich angegriffen werde. Okay, wahrscheinlich müssen wir irgendwie hier raus, ne? Die Tür stand so ein bisschen offen. Ich denke schon, dass das Spiel uns sagen will, dass wir hier rein sollen. Nein. Ich weiß, wir haben ihn. Ich verstehe. Ich weiß, ihr seid. Ich weiß, ihr seid. Ich weiß, ihr seid. Gehe. Ich weiß! Ich weiß, ihr seid. Aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich das Kampfsystem auf Leicht gestellt habe. Muss ich zugeben, weil, äh, ich glaube, es würde mir weniger Spaß machen und wäre für mich frustrierender, wenn die Gegner schwieriger wären, weil das Kampfsystem einfach auch nicht sehr gut funktioniert, ne? Es ist okay, es erfüllt seinen Zweck, aber es ist halt kein Resident Evil 4. Will's er auch gar nicht sein. Könnte trotzdem sich ein bisschen besser anfühlen. Ich finde, es gibt Leute, die verteidigen dieses Kampfsystem damit, dass halt er kein erfahrener Krieger ist und so weiter und so fort. Aber das ist keine Entschuldigung. Ich finde, sowas ist keine Entschuldigung für Gameplay, das einfach keinen Spaß macht oder sich nicht gut anfühlt. Kann man immer, kann man immer gut, kann man immer spaßig umsetzen, kann man immer besser machen. Aber hey, Blooper Team hat, glaube ich, jetzt zum ersten Mal wirklich Gameplay gemacht. Also so Shooter-Gameplay. Und dafür ist es okay. Und ich glaube, die haben eine... Die könnten, wenn sie da noch ein bisschen... Oh mein Gott, das ist gruselig. Ah, die Gegner. Ja, die habe ich tatsächlich schon vermisst. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben. Die kamen doch eigentlich im Originalspiel relativ früh schon vor, ne? Woher geht sie hin? Er, der nicht kühn genug ist, den Blick des Abgrunds standzuhalten, ist nicht kühn genug, selbst hineinzublicken. Nur wer vorwärts geht, kann die Wahrheit erfahren. Folge der Karte. Dort ist dein Brief und dein Schraub... Oh! Schlüssel! Oh Gott! Schluck auf während des Lesens. Okay. Ich hoffe, er zeichnet das jetzt in seine Karte rein. Ja. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Ich speichere lieber nochmal, weil, ne, falls wir jetzt sterben, vergesse ich wahrscheinlich, weil ich so vom Wegen so, ah ja, komm, schnell weiter drauf bin, vergesse ich wahrscheinlich, dass ich das nochmal mitnehme. Und dann schaue ich irgendwann zwischendrin auf die Karte und denke mir, oh nein, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich finde das Nebel-Silent-Hill schon creepy, aber das dunkle Anderswelt-Silent-Hill ist schon ein unangenehmer Ort. Aber, wahrscheinlich sind hier die Immobilienpreise relativ vernünftig. Ich schätze mal, hier kriegt man ein Haus auch schon für unter 200.000. Na, wenn man sich die aktuellen Immobilienpreise so anguckt, dann würde ich mal behaupten, dass so eine Ruine in Silent Hill wahrscheinlich so locker 150.000 noch wert ist. Spring doch bitte drüber! Kann ich jetzt hier nicht drüber springen, weil ich im Kampf bin? Oh Gott, doch. Nur der Gegner war gerade in der Durchlauf-Animation, deswegen ging es anscheinend nicht. Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann brauchst du nur zu sterben. Aber James, du gelangst vielleicht an einen anderen Ort als Mary. Tja. Mary war nämlich Patrion von Landsquid Bird Rider. Die haben die Zentakel der Tiefe zu sich geholt. Die ist jetzt auf der ewigen LAN-Party mit allen Spielen, die jemals erscheinen werden, um 24 zu 7 Pizza-Lieferdienst-Service. Bis sie genug Punkte erspielt hat, dass sie ein Extraleben-Continue nehmen kann. Mit Character Creator und so weiter fürs nächste Leben. Und James hat blöderweise kein Abo bei Landsquid Bird Rider abgeschlossen, bevor er hierher gekommen ist. Sonst müsste er sich keine Sorgen machen, falls hier irgendwas Schlimmes passieren sollte. Funktioniert übrigens nicht nur auf Patreon, sondern auch, wenn man ein YouTube-Mitglied wird oder ein Twitch-Subscriber. Ganz egal. Die Tentakel der Tiefe wissen das schon. Wer Landsquid Bird Rider unterstützt, dessen Seele wird gerettet. Da muss man sich keine Sorgen machen. Warum brennt da Licht auf der Ladefläche? Will mir das Spiel irgendwas mitteilen? Aha, hier ist Heilung drin. Und ich höre ein Monster. Deswegen laufe ich jetzt ganz schnell irgendwo weg. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Da hinten brennt Licht bei dem Fenster. Waren wir da? Sind wir von da gekommen? Ich glaube schon, ja. There was a hole here. Now it's gone. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Lasst mich mal nochmal ganz kurz gucken. Die Wege sind alle versperrt. Das ist voll ungünstig, ne? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah. Ah. Das scheint mir richtig zu sein. Ich laufe einfach mal dem danach. Der scheint was zu wissen. Trottel. Oh, hallo. Ist die gerade durch das Loch hier gekommen? Du kannst nicht vorbei. Ah, aber da kommen wir doch. Okay. Ist irgendwie ungünstig, wenn man da vorne so ein super High Security Gitter hat, wenn an der Seite die Scheibe einfach offen ist. Gehen wir mal ins Telefon. Könnte für uns sein. Gehen wir mal ins Telefon. Hallo? Anyone da? Ja. Gehen wir mal ins Telefon. Wechselgeld Ach, war das ein gefalteter Zettel? Das sagt gerade aus wie eine leere Streichholzschachtel, finde ich. Und plötzlich hat er so einen riesen Zettel in der Hand. Anscheinend zahlt man in Silent Hill in der dunklen Welt mit Geschichten. Mit Nachrichten. Mit dem Geistigen. Das ist doch schön. Vielleicht bist du auch einfach ein Dummkopf. Oder man zahlt mit Beleidigungen. Das kann auch sein. Die Wahrheit tut den Menschen selten gut. Das solltest du am besten wissen. Der Schlüssel ist im Park. Am Fuße der betenden Frau. Der Schraubenschlüssel öffnet das Tor. Der Schlüssel öffnet den Abgrund. Cool. Klingt vollkommen okay. Dann schätze ich mal laufen wir noch ein bisschen durch das dunkle Silent Hill. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Dungeon. Ich bin immer nicht so der allergrößte Fan von diesen Silent Hill Passagen. War ich schon im Original nicht. Das ist mir glaube ich zu offen und zu labyrinthartig und zu unstrukturiert. Ich würde gern, oh, Schraubflinte Nummer 2, nein. Ich würde gern irgendwie ein bisschen mehr Wissen, weiß ich nicht, mehr Struktur haben. Ich will lieber so kleine, schöne Gebäude erkunden. Klein sind die Silent Hill Gebäude ja auch nicht. Aber ihr wisst schon, nicht so große offene Flächen. Ich glaube ich fühle mich in engen Gängen wohler tatsächlich auch. Habe ich weniger Angst als in offenen großen Flächen. Bei in offenen großen Flächen kann alles lauern. Aber in kleinen überschaubaren Räumen, die sind klein und überschaubar. Da versteckt sich höchstens mal so eine, ähm, ich will immer Marionette sagen, unterm Tisch. Kein Objekt. Habe ich zufällig vergessen, den Schraubenschlüssel mitzunehmen? Brief und Schraubenschlüssel. Na wunderbar. Da fehlt mir wohl was. Silent Hill, Silent Hill, ist ein Ort, an dem ich nicht wohnen will. Silent Hill, Silent Hill, es ist gar nicht so silent in Silent Hill. Da schreien sehr viele Monster. Stiller Berg. Das ist, das klingt wie ein Ort in Bayern, oder? Stiller Berg. Jetzt muss man wirklich, ach, das nervt mich wieder ein bisschen. Das sind so Kleinigkeiten an Spielen, die mich manchmal nerven. Da gehe ich ans Telefon, kriege eine Katze, ihn und ganz bedeutsam nimmt er den Zettel. Und dann will das Spiel von mir aber, dass ich nochmal hinklicke. Ich habe doch schon hingeklickt. Ich habe doch schon hingeklickt. Warum muss ich denn nochmal hinklicken? Warum nimmt er denn nicht auch gleich den Schraubenschlüssel in der Katze? Ist nur eine Kleinigkeit. Aber sowas hasse ich. Bin ich hier richtig? Ja. 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 Scheibeneinschlagen macht schon ziemlich Spaß. Ich glaube, Blooper-Team sollte einen Scheibeneinschlag-Simulator machen. Glas-Demolition. Das können die. Stimmungsvolle Horrorszenarien. So psychologische, stimmungsvolle Horrorszenarien. Und... Glas-Zerstörung-Simulation. Das sind deren Stärken, würde ich jetzt mal so sagen. Im Kampfsystem müssen sie noch arbeiten. So. James, was auch immer jetzt passiert, einfach laufen. Okay. Ignorier sie. Wenn die wie im Original sind... Sind nicht ganz wie im Original. Aber einfach laufen. Okay. Machen wir die Schaden? Habt mir das gerade Schaden gemacht? Ich glaube, die haben mir ganz leicht Schaden gemacht. Mit dem... Mit dem... Vibrations-Strei. Das ist aber gemein. Oder? Na, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch jetzt den vierten, glaube ich, Heiltrank verschwendet. Es geht eigentlich sogar, ne? Ich dachte, es wären mehr. Ja, ich habe bis jetzt, glaube ich, wirklich nur vier oder vielleicht fünf Heiltränke verschwendet. Hält sich ja noch in Grenzen. So, die Statue einer Frau, die betet. Okay, ich komme dem Punkt näher, wo ich hin soll. Aber ich wüsste überhaupt nicht, wo eine Statue betet. Ist aber auch sehr dunkel hier. Oh! Damn! Achso, ich dachte kurz, es wäre Mary. Aber Mary ist tot. Kann gar nicht sein. Kann ich... Are you... Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess... Things never really stay the same, do they? Well, I guess not. I don't... I don't think she's here anymore, James. Who? My mama? She doesn't... She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean... Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? Where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, uh... You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you alright? Angela? No. Please. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! No, don't touch me! I don't know why Angela is actually here. She has actually nothing to do with her. Oh-oh. Jetzt ist die Chateau ein Weeping Angel. Nicht zwinkern! Mein Patient hat ihn hier vergraben. Ich wusste es, aber habe nichts unternommen. Es hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben. Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe. Ich habe das Ding gesehen. Ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen. Niemand traut sich in seine Nähe. Jetzt gebe ich den Schlüssel dir. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist. Naja, ist ja auch gruselig, dass die Nachricht schon an uns ist, ne? In dieser alten, verrosteten Box. Aber okay. Dann haben wir unser nächstes Ziel jetzt. Na, das ist jetzt vielleicht für alle, die Silent Hill nie gespielt haben, den zweiten Teil ein kleiner Spoiler. Aber die Story von Angela ist ja, dass die als Kind von ihrem Vater und vielleicht auch ihrem Bruder, man weiß es glaube ich nicht so ganz genau, missbraucht wurde. Und, ähm, letztendlich hat sie dann ihr Elternhaus angezündet und dabei sind die ums Leben gekommen, ihr Vater und so. Und da denke ich mir so, da müsste man aber erstmal auch schauen, was der Vater anhatte, als das Haus angezündet wurde. Wenn die Kleidung sehr brennbar war, dann würde ich behaupten, der wollte wahrscheinlich angezündet werden. Er hätte ja auch nein sagen können. Er hätte sagen können, nein, Angela zünde das Haus nicht an. Hat er anscheinend nicht gemacht, ne? Insofern trägt er schon auch mit Schuld, finde ich. Wenn nicht sogar, ne? Naja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal die lange Straße entlang und gucken mal, ob uns so eine Gliederpuppe über eine Hecke auf die Straße geworfen wird plötzlich. von irgendwas, das sich da in der Dunkelheit verbirgt. Die Müllopfer funktioniert auch nicht mehr in Silent Hill, ne? Das gäbe es in Deutschland nicht. Wenn in Deutschland mal eine Stadt von Monstern überrannt ist und überall sind nur noch komische und tote Krankenschwestern mit Messern, die alle umbringen, kann man sich darauf verlassen, dass pünktlich um 8 Uhr morgens die Müllopfer vor der Tür steht. Dass die Straßen gereinigt werden. Und guckt mal hier, wie das überwuchert ist. Also, dass da nicht schon lange der Gärtner nochmal drüber gegangen ist. Dafür habe ich kein Verständnis. Gehen wir mal in Piet's Kegelbahn. Das ist ein namenstragendes Gebäude. Da waren wir noch nicht. Oder wie ich so meine Saufkomponenten Piet's Pegelbahn. Weil wir da einfach unseren Pegel halten. Verstehst du? Weil wir Alkoholiker sind. Deswegen. Das ist lustig. Das ist lustig, weil wir sick sind. Okay. Ja. Deutschland, aber die ganze Welt. Aber vor allem auch Deutschland, ne? Hat schon eine sehr seltsame Einstellung zum Alkohol, finde ich. Bei Marihuana sind alle so, ja, aber... Aber die Drogen... Man darf das nicht verharmlosen. Das ist ja auch gefährlich. Und das ist auch alles richtig. Ist auch so. Sollte man nicht verharmlosen. Sollte man ernst nehmen. Ist auch gefährlich. Aber während die Leute das sagen, haben sie halt schon die dritte Mast drin und die vierte in der Hand. Da sollte man halt vielleicht auch mal... Naja. War's das? Ist sonst in der Kegelbahn wirklich nichts als das kleine Easter Egg? Weil hier trifft man, glaube ich, im alten Spiel, aber wie ich schon öfter gesagt habe, ist lange her, dass ich das gespielt habe. Bin da nicht mehr so drin. Hier trifft man, glaube ich, den, ähm... den Dicken. Normalerweise. Ist das Bild hier irgendwie eine Anspielung an Silent Hill 1? Oder ist das, äh... hier... Dingsy. Adams Family... Tochter. Wednesday. Ich war als Kind, als kleiner Junge, so verliebt in die Wednesday... in die Wednesday Adams von diesen alten Adams Family Filmen. Das war, glaube ich, so ziemlich... Ich weiß nicht, ob es der allererste war, aber so ziemlich einer meiner ersten Crushes als Kind. Als junger... junger Jugendlicher oder so. Davor war, glaube ich, noch die... die blaue aus Street Fighter. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Jungling oder sowas. Aus Street Fighter 2. Das war, glaube ich, noch vor... vor Wednesday Adams. Und ich glaube, jetzt mit den neuen Filmen geht das einer neuen Generation, einer ganz neuen Generation von jungen Männern und auch Frauen. Geht das bestimmt auch so, dass die... oder auch nicht-binären Menschen... geht das bestimmt auch so, dass... äh... die jetzt wieder einen neuen Crush auf eine andere Version von... von Wednesday haben. Adler! Du bist frei! Flieg! Warte, ich mach das Fenster noch auf. Okay, schade. Fenster gehen nicht auf. Sorry. Little Baroness. Little Baroness. The Maiden Voyage. 1916. Er wär auch ein guter Einbrecher mittlerweile. Also, wenn ich James wär und ich würde lebend hier rauskommen, würde ich drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht eine Karriere als Einbrecher, so Museumsdieb... Das ist eine sehr spezifische Jobbeschreibung, aber warum nicht? Die Herren des Lichts. Enthüllung einer der beiden Statuen zum Gedenken an das einheimische Volksmärchen. Das sind so Pferdekutschenutensilien und Filmutensilien. Warum ist da ein Gesundheitstrank drin? Das ist ein hässliches Gebäude. Also, ein Foto meine ich. Ein hässliches Bild. Ich mag... Ich mag es nicht. Ich möchte es zerstören. Das löste mir auch irgendwie Unbehagen aus. Nein! Wirklich! Also, das finde ich sehr unangenehm, das Bild aus irgendeinem Grund. Ich möchte das gar nicht mehr länger anschauen. Sehr unangenehm. Also, ungewöhnlich unangenehm. Die neue Uhr. Super. Was es wohl mit den Fotos auf sich hat? Wahrscheinlich, wenn man alle findet und alle Zahlen irgendwo eingibt oder so, dann kriegt man das UFO-Ende. Beziehungsweise das Hunde-Ende. Kann ich den Lady Dimitrescu-Hut aufsetzen? Nein! Ich habe ihn kaputt gemacht! Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, jetzt wo ich nochmal alle Resident Evil Teile und Silent Hill 1 und Silent Hill 4 gespielt habe. Ne? So die ganzen klassischen Resident Evil Teile. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich befürchte, ich mag klassischen Survival Horror nicht mehr. Also, ich mochte den sehr gerne und weiß den noch zu schätzen, aber ich mag es nicht mehr spielen. Macht mir keinen Spaß mehr. Guck mal. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, hier hätte das Remake die Chance gehabt, das Original sogar nochmal zu reparieren. Weil ich habe mich ja ein bisschen mit Silent Hill 2 Lore beschäftigt und auch viele Interviews mit dem Silent Hill 2 Schöpfer so gelesen. Und der hat unter anderem gesagt, dass er es sehr schade fand, aber das ist dann im fertigen Spiel, hat es sich anders nicht lösen lassen, wegen der räumlichen Begrenzung in dem Flur beim Krankenhaus. Eigentlich hätte Pyramid Head erst später im Spiel einen Speer benutzen sollen. Und zwar nachdem James dieses Bild im Museum sieht. Weil von der Lore her, von der Idee her, hätte dieses Bild erst die Idee von Pyramid Head mit einem Speer in James Kopf bringen sollen. Und dann hätte die sich in Silent Hill manifestiert. Das war so der Plan. Und weil aber der Krankenhausflur so eng war, dass Pyramid Head da mit seinem Schwert nicht agieren konnte, das hat mit den Animationen, die die hatten, nicht funktioniert, haben die gesagt, gut okay, dann geben wir ihm da schon den Speer. Hilft ja nichts. Und dadurch ist quasi dieser Aspekt durcheinander gekommen. Und im Remake hätten die jetzt eigentlich die Chance gehabt, dass sie es anders machen. Sie hätten das Bild verschieben können ins Krankenhaus oder so. Oder man hätte vielleicht vorher schon mal kurz hier einen Abstecher machen können, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte man das... Und es gibt ein paar so Aspekte, die man hätte quasi sogar noch verbessern können. Und ich glaube, die richtigen Hardcore-Fans, denen sowas wichtig ist, die hätten es zum Großteil dann auch verstanden. Oder es hätte sich zumindest drum gesprochen. Nebliger Tag. Anlass des Urteils. Kohlengrube Wiltz, 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 Wiltz. Einfach nur Wiltz. Die Mine wurde um 1850 eröffnet und war bis in die frühen 1900er Jahre in Betrieb. Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung von Silent Hill. Na lang hat die Wiederbelebung ja nicht gerade gehalten, ne? Aha, da haben wir das Krankenhaus Brookhaven. Von dem werde ich noch lange Altträume haben. 1880. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Einwanderungswelle in die Gegend folgte. Ursprünglich war es Wien... Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte. Aber mittlerweile ist es zu einem vollwertigen medizinischen Einrichtung ausgebaut worden. Ey, ich versteh nicht ganz, von welcher großen Seuche die immer reden. War das nicht die Pest? Und wenn ja, warum benennen die die nicht? Der frühere Direktor des Brook Hospitals. Name durchgestrichen, unleserlich. Ehemaliger Direktor des Krankenhauses Brookhaven. Warum ist der Name durchgestrichen? Weil sein bürgerlicher Name James Pyramid Head war. Titel Unknown. Unbekannter Titel. Autor unbekannt. Ich würde es einfach neu benennen. Oh, hier fehlt ein Bild. Alan Smith. Alan Smith. Uferlandschaft. Alan Smith, Geburtstag und Todestag unbekannt. Ein Mitglied der örtlichen Landschaft. Der Stil lässt darauf schließen, dass es um 1820 entstanden ist, als die Region noch dünner besiedelt war. Ich wollte gerade, für den kurzen Moment wollte ich dünner sagen. Als die Region noch dünner besiedelt war. Da war der Durchschnitts-Ikuso bei 85. Äh, und kaum Infrastruktur besaß. Silent Hill Historical Society. Das, das gerade dieses Bild und der Name Historical Society Founders. Also die Gründer der historischen Fakultät oder so. Äh, Geschichtsverein. Das ist, das hat für mich gerade voll die Cthulhu-Vibes. Das ist so Lovecraft. Eieiei. Oh, das wäre voll das... Okay, okay. Ich habe voll die gute Idee für ein unglaublich grausames Menschenexperiment. Aber hört mir erst mal zu. So ein Raum. Komplett zu betoniert. Und man sperrt einen Menschen ein. Ein Mensch ganz alleine. Und der Mensch kriegt Essen und Trinken. Genug. Mehr als genug. Wird verpflegt. Auch nicht nur mit Brot und Wasser. Der ist gut. Und trinkt gut. Aber sonst kriegt er nichts. Kein menschlicher Kontakt. Kein, kein Handy. Kein Brettspiel. Nix, mit dem er sich irgendwie beschäftigen könnte. Wie lange dauert es, bis er in das Loch springt? Ich glaube, ich würde es lange aushalten. Nein, ich glaube... Gebt mir meine Switch. Dann werde ich darin alt und glücklich. Auch medizinische Versorgung und sowas. Alles, was man zum Überleben braucht. Zum körperlichen Überleben. Wenn ich meine Switch mitnehmen darf, dann werde ich darin 120. Also, ich hoffe, ich darf mir Spiele downloaden. Aber man darf... Ja, okay, gut. Also, ohne Switch würde ich es wahrscheinlich kein Wochenende überleben. Mit Switch länger. Aber ich muss neue Spiele kriegen. Oder downloaden dürfen. So viel ich will. Oder vielleicht einmal in der Woche. Oder einmal im Monat meinetwegen. Ist okay. Einmal im Monat ein neues Spiel. Ne, lieber einmal die Woche. Aber... Die Regel ist... Und jetzt kommt... Jetzt habe ich es vergessen. Der Gang ist zu gruselig. Hört der jemals auf? Oder ist das endlos? Muss ich erst irgendwas anderes machen? Ist das so die Super Mario 64 Treppe? Okay, wahrscheinlich muss ich das fehlende Bild finden und wieder aufhängen oder sowas. Oder? Es gibt doch ein Ende. Dammit. Oh, oh. Abgrund. Erreiche das Ende der langen Treppe. Dafür gibt es extra ein Achievement, weil sie so lang ist. Achso, genau. Aber man darf keine Online-Spiele spielen. Also, man darf schon auch irgendwie Online-RPGs spielen. Aber man darf nicht kommunizieren oder so. Nicht, dass man von der menschlichen Kontaktregel irgendwie abweicht. Naja. Wie dem auch sei. Ich will mal einen einsamen Insel-Podcast machen. Ich glaube, das wäre interessant. 11. September 1820. Häftlings Nummer C. 22. 1. Stellt euch mal vor. Meint ihr, es gibt so Tiefe? Wie tief muss die? Wie tief muss die Treppe? Also, wisst ihr, was ich meine? Wie tief sind wir jetzt unter der Erde? Wenn wir uns das mal logisch anschauen. Wird es sowas wirklich geben können? Da muss man ja schon tief ins Gestein sich fräsen, damit man sowas errichten kann. Da werden wahrscheinlich einfach die Mauern hier im Grunde, die Hallen von Moria einfach direkt ins Gestein gefräst. Da braucht man gar nichts. Der Abgrund. Ah. Wollen wir noch tiefer in den Abgrund? Let's go! Spring! 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 Vielleicht war es doch ein Fehler. Gehen wir wieder hoch, James. Kletter wieder hoch. Dammit. Komm, das ist für die Belände hier! Däun, Däun! Däun, aus! Däun! Däun, Däun! Däun! Däun, Däun! Däun! Däun, Däun! Bleiben Sie doch bitte liegen, wegen mir müssen Sie nicht extra aufstehen. Aha, einen Schlüssel. Mit Spiraltext. Und was steht auf dem Spiraltext? Das würde ich gerne lesen können, aber ich kann es nicht lesen. The Tiss. Hell, let, death. Ori, Tori. Sorry? Nee. Äh, I don't like it. Geh weg. Äh, geht alle weg. Die Kleinkäfer sind cool. Die sind meine Freunde. Wir haben schon gemeinsam im Krankenhaus gechillt. Die haben mir den Blick gezeigt. Die Großen, die mag ich nicht. Die sind nicht meine Freunde. Was ist der Kotkäfer? Sagt mir den Kot, oh mächtige Käfer. Ich befürchte fast, da kommen immer wieder neue Käfer. Schauen wir uns das mal an. Ah, ich glaub, da steht der Text jetzt. Es ist Zweifel, der euch zum Fegefeuer führt. Okay, dann hab ich jetzt kein Zweifel. Der Kot ist 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. 9. 9, 9. 9, 2, 3. 3, 2, 9. 2, 3, 9. Ah. Ah. Aber warum sind die Tasten 2, 3, 9 sauber? Hab ich die irgendwie sauber gemacht? Ne, ne? 2, 3, 9. 3, 2, 9. 2, 9, 3. 3, 6. Falsch. 3, 9, 2. Ja! Macht's gut, ihr Trattel. Okay, noch tiefer. In unseren eigenen Abgrund, James. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Ja. 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 Ich schau grad aus dem Fenster und die Nachbarn gegenüber ziehen grad neue Nachbarn ein und die haben so einen lieben Hund. Der ist schon ein bisschen älter anscheinend, aber der chillt die ganze Zeit in deren Einfahrt. Da ist kein Zaun und nix. Der ist da teilweise ganz alleine. Der geht nie, der würde nie auf die Straße gehen. Der ist einfach wirklich so ein ganz lieber Alter. Und wenn dann irgendwie so die Menschen rauskommen und da ein bisschen was machen, dann ist er immer so mit dabei und chillt. Der sieht so entspannt aus. Ich hab den noch nicht persönlich kennengelernt, aber er ist jetzt schon mein bester Freund. So wie jeder Hund. Von jedem Menschen. Was ist hier passiert? Wer war das? Ich weiß nicht. Er hat mich nur auf. Okay. Also er hat dich an, und du hast ihn. Ja. Ja, das ist richtig. Er hat mich gemacht. Okay, calm dich. Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Oh, yeah. I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you. I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me. Making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't, you can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're going to go out there that long? Yeah. Okay. Okay. In seinem Gesicht ist nicht mehr viel übrig. Ich war mir nie so sicher, was Eddie hier durchlebt eigentlich in Silent Hill. Aber so wie es aussieht, tötet er immer wieder. Vielleicht ist das Eddies Hölle hier. Eddies Silent Hill. Vielleicht muss er immer wieder töten. Und scheinbar belastet ihn das ja auch selber. Ich meine schon beim Kühlschrankkerl wirkte er nicht sehr glücklich. Oh, Jagdgewehr. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Er hat den Schlüssel zum Schrank. Also müssen wir davon ausgehen, dass einer der Gefangenen ihn in die Hände bekommen hat. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle. Zeugenkontrolle? Ja. Manchmal nehme ich so Sachen einfach hin und hinterfrage es nicht. Ich habe keine Ahnung, was eine Zeugenkontrolle ist. Aber ich akzeptiere es einfach. So. Trakt B. Trakt A. Kapelle. Sankt Tai. Hof. Zweites Stockwerk. Trakt D. E.C. Und Hausenraum. Und Büro des Aufsehers. Oh mein Gott, ist das riesig. Wir sind im größten Gefängnis der Welt. Tief in den Eingeweiden der Welt. Und ich finde Gewehrkugeln. Für ein Gewehr, das ich nicht besitze. Einmal speichern. Wunderbar. Guck mal, wenn wir in den Zettel gucken, dann gucken wir aus dem Zettel auf ihn zurück. War mir noch nie so bewusst. Meint ihr, in Wirklichkeit könnte man das Schloss aufschießen? Ja, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, wie viel Wucht so eine Pistole hat. Aber mit einem guten Treffer, oder? Würde man das doch aufschießen. Save. Ich sehe so Videos. Ich sehe immer so Videos auf TikTok. Von so einem Kerl, der irgendwie Schlösser öffnet. Und der dann immer irgendwelche Hochsicherheitsschlösser nimmt. Aber auch so Billigschlösser. Und dann zeigt er immer so Techniken, wie man die irgendwie super easy mit dem richtigen Stoß an die richtige Stelle einfach so zack öffnet. Und, ähm, ja, genau. Deswegen wäre das wahrscheinlich kein Problem. So, machen wir jetzt für heute Schluss mit der Folge. Äh, wir werden das Spiel die nächsten Tage, wie schon gesagt, durchspielen. Immer wieder jetzt in längeren Sitzungen, wie der hier. Weil, äh, ich das so will. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüssikowski. 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 Tschüssi.